Wie viele Caps liegen bei dir zu Hause im Schrank? Bei mir zu Hause gar nicht so viele. Ich habe im Büro so eine Kiste und wir bestellen die palettenweise. Drei Worte, um deine Single sowieso zu beschreiben. Es wird gut. Wo findet man dich abends in Berlin? Meistens auf meiner Couch. Welche Zeile hast du zuletzt geschrieben? Das letzte, was ich auf WhatsApp verschickt habe, war eine Sprachnachricht. Da habe ich gesagt, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Du bist ein Papagei und kannst nur einen Satz sagen. Welcher ist das? Also ich habe mal einen Papagei kennengelernt in Mexiko. Der war am Eingang von einem Restaurant und der hat immer gemacht, que bonita. Welchen Newcomer soll man derzeit auf dem Schirm haben? Ich finde ja, den besten Newcomer ist eine Newcomerin, die heißt Amanda. Egal was kommt, wird das sowieso gut? Ich glaube schon. Also ich schätze mal, irgendwo geht schon eine neue Tür auf. Das war's. Danke dir. Gerne.